Es ist Montagabend und ich hoffe, Sie sind erholt vom Wochenende. Sie laufen heute mit uns einen Marathon in allen Etampen. Vom lockerer Aufwärmen bis hin zum Zieleinlauf. Dabei können Sie erst noch sitzen bleiben. Schön machen Sie mit. Ein erster Schlussspurt gab es heute schon mal in London, und zwar in der Schwangerschaft von der Herzogin Catherine. Der jüngste Spross der britischen Königsfamilie ist auf die Welt gekommen. Vor kurzem hat der Prinz die Ziellinie überquert, übrigens heute Vormittag. Hauptsache alle Finger und Zechen sind dran. Das sagt man doch manchmal nonchalant nach einer Geburt. Aber das ist nicht selbstverständlich. Wie selbstverständlich allerdings Kinder mit einem angeborenen Handicap z.B. einer fehlenden Hand umgehen, haben wir gestern Morgen am Zürich Marathon gesehen. Dort lief ein prominentes Team für «Gift Children a Hand» mit. Eine Organisation, die sich für Kinder einsetzt, die eine Prothese brauchen. Noch nicht ganz im Ziel angekommen, wo aber definitiv grosse Etappe gewonnen hat Loriane Salin. Die ehemalige Schweiz wollte eigentlich nie unter die Hube. Jetzt hochschwanger hat sie ihre Meinung offenbar geändert. Das und mehr jetzt in den News. Zurück zu unserem Langstreckenlauf. Die Band «Hecht» ist schon lange nicht mehr in der Aufwärmphase und auch nicht irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Die fünf flinke Jungs haben auf ihrem persönlichen Rennen schon ein paar Steigungen gemeistert. Am Wochenende haben sie im Zürcher Volkshaus ihr dritten Album getauft, nur wenige Meter entfernt von dem Ort, der vor sechs Jahren ihren Startschuss gefallen ist. Und ich hoffe, sie strahlen zu Hause auch wie ein Sieger. Ich gratuliere, sie sind ein Finisher. Der Glanz und Gloria Maradon ist geschafft. Für heute. Morgen gehen wir dann frisch und er holt wieder an den Start. Ich hoffe, sie sind auch wieder mit dabei. Muskelkater ist einmal geheime ums Red. Und unter uns, sie haben sich ja auch nicht so viel überlegt. Tschüss mal.